Herzlich Willkommen zur Rateshow bei PörlTV. Geheime gesuchte Artikel zu erraten, den wir uns natürlich aus unserem umfangreichen Sortiment für Sie herausgesucht haben. Wo befindet sich dieser geheime gesuchte Artikel? Nun, auch heute in unserer Rateshow werden Sie diesen zunächst einmal nur verdeckt sehen, und zwar in dieser Kugel. Wenn Sie mitraten möchten, dann gebe ich Ihnen gleich nacheinander insgesamt zehn Hinweise auf das geheime gesuchte Produkt. Und wenn Sie möchten, wenn der Artikel Ihnen gefällt, können Sie diesen natürlich auch gerne im Anschluss an unsere Show, wenn wir das Rätsel gelöst haben, zu den Rateshow-Sonderpreisen hier bei uns bei PörlTV bestellen. Sie sind neugierig? Sie möchten wissen, ob Sie dem Rätsel auf die Spur kommen? Dann raten Sie mit. Hier kommt Hinweis Nummer eins. Hinweis Nummer eins auf das geheime gesuchte Produkt in dieser Ausgabe der Rateshow verrät Ihnen, dass wir über zwei Geschwindigkeitsstufen sprechen. Ich gebe Ihnen direkt Hinweis Nummer zwei mit auf den Weg. Wir haben eine Leistung von 350 Watt. Auch das kann eine ganze Menge sein, deswegen kommt hier schon Hinweis Nummer drei. Das gesuchte Produkt hat einen Einlass im Deckel. Schon irgendeine Idee? Vielleicht mit Hinweis Nummer vier. Das gesuchte Produkt hat ein sicheres Sperrsystem. Hinweis Nummer fünf bringt vielleicht etwas mehr Licht ins Dunkel. Der gesuchte Artikel ist Spülmaschinen geeignet. Ja, den ein oder anderen wird dieser Hinweis aus dem Konzept gebracht haben. Wieder andere fühlen sich bestätigt. Wie sieht es mit Hinweis Nummer sechs aus? Der gesuchte Artikel hat eine Impulsfunktion. Impulsiv wird es vielleicht auch mit Hinweis Nummer sieben. Das gesuchte Produkt lässt sich leicht befüllen. Ich denke zumindest die Produktgruppe sollte inzwischen klar sein. Vielleicht mit Hinweis Nummer acht. Es gibt eine Bedienung per Drehschalter. Das ist jetzt der Moment, wo viele schon auf der richtigen Spur sind und andere völlig im Dunkeln tappen. Hinweis Nummer neun bedeutet, es ist für alle Obst- und Gemüsesorten geeignet. Ich denke, Hinweis Nummer zehn dürfte sie bestätigen oder auch nicht. Wer weiß es. Es gibt eine beste Saftausbeute. Ich habe Sie gewarnt, heute wird es nicht einfach, wenn Sie diesen gesuchten Artikel erraten möchten. Und ich möchte wetten, dass viele von Ihnen recht schnell auf der Spur waren. Andere wussten vielleicht bis Hinweis Nummer zehn gar nicht, um was es geht. Hier kommt das geheime gesuchte Produkt. Ja, liebe Zuschauer, die Produktgruppe wird dann doch relativ häufig recht schnell klar. Spätestens nach dem zweiten, dritten Hinweis haben Sie vielleicht auch erkannt, zumindest in welche Richtung es heute gehen sollte. Aber ich glaube, der letzte Hinweis hat sich tatsächlich nochmal bestätigt in Ihrer Vermutung. Es geht natürlich um einen Entsafter, liebe Zuschauer. Nicht um irgendeinen Entsafter, das muss man ganz klar sagen. Es ist ein elektrischer Zentrifugal-Entsafter. Und frischer, muss man ganz klar sagen, geht es nicht mehr. Frischgespresster Saft in Sekundenschnelle einfach zu befüllen durch eine große Öffnung, egal ob wir von Obst oder von Gemüse sprechen. Und wir können natürlich hier, und das war Hinweis Nummer eins, zwei Geschwindigkeiten einstellen. In der Spitze im Rahmen der Zentrifugalkraft bis über 16.500 Umdrehungen pro Minute. Selbstverständlich hat auch dieser Entsafter ein Auffangsieb für das Fruchtfleisch. Falls Sie es nicht mögen, Sie können es auch gerne rausnehmen, falls Sie ein Fan von Fruchtfleisch sind. Es ist leicht zu reinigen, unter fließend Wasser, aber selbstverständlich auch Spülmaschinen geeignet. Und auch der Preis überzeugt. Ich hatte Ihnen einen Rateshow-Sonderpreis versprochen, den bekommen Sie natürlich von uns an dieser Stelle. Und zwar reden wir jetzt hier von einem Rateshow-Sonderpreis von gerade mal 25,66 Euro für einen absoluten Profi-Entsafter mit bis zu 400 Milliliter frisch gepresstem Saft. Wenn Sie bestellen möchten, dann tun Sie das am besten jetzt mit der NX 9527 und der 569. Und holen Sie sich diesen elektrischen Zentrifugal-Entsafter zum Rateshow-Sonderpreis gerne nach Hause. Und verraten Sie uns bitte doch ganz einfach mal, ob Ihnen die Rateshow gefällt, ob die Hinweise für Sie brauchbar sind, ob wir irgendwas verändern sollten oder ob Sie glücklich und zufrieden sind. Schreiben Sie an redaktion.pearl.tv. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.